Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Orakel hier auf meinem kanal hier ist wieder euer stürmi und ja heute gibt es Bundesliga Orakel und zwar sechster spieltag köln gegen den fc bayern münchen ja Während der woche hat ja bayern knapp gewonnen an 1 zu 2 Hier gibt es noch jay kent Und ja, dann geht es gleich los hier haben wir sehen wir horn Bornau sehen wir hier Shishos oder wieder heißt horn Wolf manche namen kann man nicht aussprechen jacobs du da Andersson ja Okay, dann überspringen wir das hier mal ganz einfach und gehen weiter Vielleicht sehen wir noch die aufstellung hier Und zwar habe ich ein bisschen anders aufgestellt Ich denke mal dass manche geschont werden Okay, ich habe sie leider übersprungen Auf jeden fall spielt sar auf der rechten verteidiger position bei mir dann spielt Dings spielt für mich command Erne nicht command Doch command für Sané erst mal Sané ist auf der bank und auf der rechten seite haben wir Costa meine ich hätte ich eingewechselt also nicht eingewechselt also in die startformation gemacht So, hier haben wir dann Kimmich, so hier haben wir sarra Und dann müsste hier ein douglas costa sein Sonst habe ich alles wie gewonnen in der verteidigung habe ich noch Süle rein gemacht anstatt boating Und ja, ich denke mal es wird ein Was sage ich denn ein 1 zu 3 für die bayern natürlich Das war nix Keine ahnung was mich da gerissen hat Ihr könnt ihr gerne mal in die kommentare schreiben was ihr meint Wie das spiel ausgeben würde Also köln wird jetzt Julien wird jetzt sagen köln gewinnt aber man muss ja realistisch denken Äh, was ist das jetzt Komme ich irgendwie auf einen anderen knopf Am steuerkreuz Ja Sturm habe ich immer noch lewandowski Darf hier leider nicht fehlen Muss aufgestellt werden Sagen wir mal so Ich habe noch schuppe mutting auf der ersatzbank Costa zu lewandowski Als ob Als ob Dass man hier lewandowski so leicht den ball abholen kann und Ah, müller So Müller Ah, müller hätte können Das einzelne Was mache ich denn hier Leute Leute Irgendwas drücke ich hier laufend Ich weiß nicht was Oh Nein Das war nicht geworden Ähm Ja heute ist Natürlich Samstag Und ich werde wahrscheinlich heute am streamen Ihr werdet es ja sehen Ob ich on bin oder nicht Aber ich denke schon Weil letzte woche habe ich nicht gestreamt Ich glaube vorletzte woche auch nicht Hat ja auch seinen Grund Ich habe einen neuen pc Da muss ich auch erstmal einrichten Ja Oh nein 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 Ah ja Boah du Respektor Ah ja Das könnte vielleicht sogar so passieren Wenn die bayern nicht aufpassen Aber ich hoffe wir Die bayern kommen zurück Sonst wird das Oh mit dem 1 zu 3 könnte es dann passen Ein bisschen konzentriert bleiben So müller Oh Oh Bein Ah Ui 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 Nein Uh Ich habe den ball noch Ich habe jetzt überlegt ob ich es mit den stickern machen soll Oder ob ich mit fifa Aber ich glaube fifa ist Interessanter Bald kommen die neuen karten raus Da bin ich sehr gespannt Sehen gut aus Ich glaube am 12. oder Oder so ungefähr Kommen sie raus Ich habe sie mir schon bestellt Ein riesen wandel Also wird es auf meinem kanal auf jeden fall geben Oh 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 Das hätte können Das 1 zu 1 werden Aha Er verliert Oah Was war das denn Wenn Köln wirklich so gut spielen würde Wäre echt cool Und Neuer hat den Ball Ach Junge Ja Dann merkt man dass die Stars fehlen Knabry und Sané Obwohl hier viele Stars noch drauf sind Wie Kimmich Goretzka Oh Lewandowski Geh ab in die Mitte Lewandowski Oh Das kann doch nicht wahr sein Komm schon Alter Ja Davis fehlt ja leider noch Ich glaube mindestens mal 6 Wochen oder so So wie ich gehört habe Ah An die Latte Junge Und Halbzeit Okay So Ich habe jetzt 2 Auswechslungen gemacht Ihr könnt ihr mal raten wen Ist ja wohl ganz klar Sané und Knabry sind jetzt drin Ihr seht es ja da oben links Ja Ich hoffe dass es jetzt besser wird im Spiel Okay das war nix Komm Sar Sar Auf gehts Oh man Entweder spiele ich Kacke oder ich spiele Kacke Es gibt Sané Aber wenn ich ja nur gewinnen würde wäre ja auch scheiße Aber wir haben ja noch Zeit Und hier ist Sané Sané Was Alter Lewandowski Wie Was machst du doch so Dinge Was machst du doch so Dinge Oh Junge Das ist doch nicht wahr Und auf gehts Komm Jetzt muss doch mal was passieren hier Junge Jawoll Sané Sané Irgendwie klappt gar nix Sané 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 Und ja, dann geht's weiter. Horn für, also Kater, irgendwas mit Katerbach oder Katernach, keine Ahnung. Köln kenne ich mich nicht so aus, außer Horn und, also die zwei Horns. Duda kenne ich auch. Das war natürlich nix hier. Nix war das. Kopfballgewinn von Müller. So, Sam muss ich den Ball hier erobern. Komm schon. Jawohl. Nein. Er läuft am Ball vorbei. Oh. Es war ein Pass zu viel. Und es war noch abseits. Ach man. Es läuft. Kommt das Siegteil noch. Junge, Junge, Junge. Einwurf für Köln. Kimmich muss hier aushelfen und verursacht eine Ecke. So. Ehi Zibu. Oder irgendwie so. Meine Güte. Was für ein Name. Also bei manchen kriegt man Zungenbrecher. Uff. Der war gar nicht schlecht im Spiel. Jawohl. Sané. Jawohl. Eins zu voll für die Bayern. Und irgendwie hängt er jetzt da am Tor. Also manche Dinge sind hier echt. Erst läuft er nicht durch das Tornetz und jetzt ist Gnabry am Tor hängen geblieben. Hm. Merkwürdig. Merkwürdig. Und Einwurf für die Bayern. Ah ja. Bornau tut hier Schuppe mit Tink umhauen. Und er kriegt Gelb. Okay. Und wir bekommen einen Freistoß. Schützen wechseln. R2. Äh. Ich will. Wo ist denn hier? Wo ist er denn? Hä? Ist hier Dings nicht drin? Ja moin. Okay. Was macht er denn? Goal. Da ist das 1 zu 3. Du Schuppe mit Tink. Jawohl. Und. Jetzt geht es zum Endspurt. Das war schon 90. Minute. Ja. Da ist der Schlusspfiff. Bayern gewinnt hier im Orakel 1 zu 3. Mein Tipp wäre auch ein 1 zu 3. Denkt dran eure Kommentare. Äh. In die Kommentare euer Tipp reinzuschreiben. Ja. Dann würde ich sagen. Bis heute Abend vielleicht. Oder. Bis zum nächsten Video. Dann würde ich sagen. Ciao. Und auf Wiedersehen. Ciao.